Mods, die den LS22 angenehmer gestalten. Heute die volle Rückerstattung. Das ist bestimmt jedem von uns schon mal passiert. Man platziert ein Gebäude und irgendwann fällt auf, das ist doch nicht der richtige Ort dafür. Das ist immer sehr ärgerlich, da man im Basegame nur einen prozentualen Anteil des Kaufpreises zurückerstattet bekommt. Das ist übrigens abhängig vom Alter des Gebäudes bzw. Objektes. Wenn du das umgehen möchtest, ist die Mod volle Rückerstattung genau das Richtige für dich. Sobald du nach Aktivierung der Mod ein Gebäude oder Objekt platzierst, kannst du es über den Abreißen-Button jederzeit entfernen und erhältst den exakten Kaufpreis zurückerstattet. Ganz egal, wie alt das Gebäude ist. Die Mod findest du im offiziellen Mod-Hub vom LS22, sie ist aber leider nur für den PC verfügbar. Für mehr Tipps rund um den LS22 folge jetzt meinem Kanal.